Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Wir spielen nach sehr langer Zeit noch in einer Runde Arena of Evolution Red Tides. Hintergrund ist der, dass letzte Woche ein großes Update aufgespielt wurde, in dem die Saison Nummer 3 jetzt reingekommen ist. Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich möchte diese Season auch wieder Supreme werden, beziehungsweise in Höchstrang. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich habe nicht in das Update reingeguckt, deswegen alles neu für mich. Neuer Hintergrundbild. Da springt euch förmlich was entgegen. Und hier aber erstmal Schatzdrohnen. Und da kann man die mit solchen Shards öffnen. Und es gibt unglaublich gute Sachen dazu bekommen. Hier seht ihr schon Fury of Frostfire und der daneben Phönix Queen. Unglaublich gut gemacht, wie ich finde. Genauso wie hier Frostbite und Absolute Zero. Der absolute Nullpunkt. Und ja, wir haben hier noch Sachen bekommen vom Patch. Natürlich, weil wir relativ hoch waren vom Rang. Imperial haben wir bekommen. Ich habe natürlich die anderen Sachen nicht noch weiter gespielt. Wir bekommen ganz viel Silber. Coreplayer Member Recruitment. Das muss ich mir mal anschauen. Und ja, im Store gibt es natürlich auch wieder noch verschiedene Sachen. Es gibt Arcade World. Super gutes Spielfeld. Also das sieht einfach insane aus. Eventuell wäre das auch was für mich. Aber dafür müssten wir Geld ausgeben. Das machen wir erstmal nicht. Special Offers. Die kennen wir ja schon. Battle Pass habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Wir haben den Free Pass. Und ihr seht, wir können uns für einen Zehner den Gold Pass holen. Machen wir aber erstmal nicht. Wir schauen aber trotzdem mal, was es hier so für Sachen drin gibt. Ganz cooles Tor. Ich möchte nämlich mal sehen, was Level 100 ist. Was man da bekommen kann. Okay, das dunkle Schloss. Stufe 200. Gibt es wahrscheinlich wieder was Besonderes. Als Profilbild. Das ist tatsächlich in der Tat so Nightwatch. Saison 3. Ihr seht, es sind auch wieder Quests da. Natürlich werden wir die auch machen. Aber jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal eine Runde. Und zwar Ranked Solo. Und da gibt es den Classier Hunter. Okay. Gold and the Buff. Das ist natürlich ein fetter Skin. Wir fangen auf Platinum an. Diamant, Master und dann kommt Supreme. Also das wollen wir werden. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Bis 2020, 02. Also Februar geht das Ganze. Und ich würde sagen, wir machen mal Solo Queue. Und wir suchen. Und wie gesagt, ich habe sehr lange nicht gespielt. Zwei Monate. Kommt wahrscheinlich hin. Da, wo Rush Wars rauskam. Vielleicht auch schon drei Monate her. Aber ich habe auf jeden Fall wieder Lust. Und ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch aktive Zocker seid. Oder ob ihr gesagt habt, nee. Hat mich auch nach einer Zeit ein bisschen gelangweilt. Wir probieren das Ganze aus. Ich werde auch so wieder ein bisschen spielen. Vielleicht auch wieder im Stream. Hängt ganz davon ab, wie ihr Bock da drauf habt. Ich habe auf jeden Fall wieder Lust da drauf. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt hier die erste Runde direkt mal aus. Und ich muss gerade tatsächlich sagen, aufgrund der Zeit, dass wir relativ lange suchen. Ich gucke mal, ob wir bei Blitzmets vielleicht schneller einen finden. Blitzmodus auch bekannt. Und da sind wir auch nur auf Bronze unterwegs. Ist vielleicht sogar jetzt das Bessere, um einfach mal wieder ins Spiel reinzukommen und zu sagen, hey, so klappt das jetzt. Und vielleicht auch als erste Folge wieder so ein bisschen besser geeignet. Rewards haben wir hier noch. Collect, da bekommen wir einen Sniper-Skin. Okay. Wie gesagt, Login-Reward, da gibt es auch was. Und Aufladungsbonus gibt es auch. Und das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Würden wir natürlich bekommen, wenn wir uns den Battle-Pass holen. Und warum jetzt hier gerade kein Match gefunden wird, liegt es an der Region. Spielt es in Europa einfach kaum jemand mehr. Recommended. Okay. Wir lassen ihn einfach jetzt mal suchen. 18 Sekunden, durchschnittliche Wartezeit. Customization. Okay, können wir jetzt nicht hin. Das ist klar. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt tatsächlich einfach mal suchen. Gucken, wann wir ein Match finden. Ich meine, zu guter Letzt, wo mir das Supreme war, hat das schon relativ lange gedauert. Aber muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein. Ich denke mal, wir finden gleich schon was. So, eine Minute haben wir jetzt gesucht. Ich bin hier also Stufe 237 und da sieht man schon dran, dass ich sehr, sehr viel gesuchtet habe in der Vergangenheit. Aber wirklich sehr lange nicht mehr gespielt. Können wir Reason Games gucken. Dann sehen wir wann zuletzt. Und zwar am 26.9. Okay, seit zwei Monaten und ein bisschen nicht mehr gespielt. Und da war ich auch schon nicht mehr so aktiv unterwegs. Ja, letztes Supreme Spiel war am 1.9. Also jetzt dann doch drei Monate ziemlich genau. Ich weiß tatsächlich nicht, warum wir jetzt keinen Match finden. Aber wir werden sicherlich gleich eins finden. Ja, ich bin mal gespannt drauf, was sich alles so verändert hat. Ob sich viel verändert hat. Wie wir abschneiden, ob wir absolut den Loops sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber weiß natürlich nicht, dass wir jetzt hier noch besonders gut sind. Jetzt haben wir ein Match gefunden. Und das nehmen wir auch direkt mal an. Ich hoffe, alle anderen nehmen auch an. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch Bots hierbei gibt. Ich meine, ich bin unterster Rang. Das könnten auch eigentlich Botgegner sein und ein echter oder was auch immer. Ich würde sagen, wir spielen Standard-Marine-Taktik, falls die Synergien noch so sind. Ich habe keine Ahnung. Und alle haben angenommen. Bronze 2 gegen Silberspieler. Und wir erst mal mit dem relativ nicen Board. Also ich finde es tatsächlich nice. Und wir haben hier unsere altbewährten Einheiten. Keynetz, Puppet Assassin. Die Einheiten sehen ein bisschen anders aus. Wir haben drei Gold. Sniper. Okay, Einheiten wurden automatisch draufgestellt. Den Oculus kaufen wir uns nochmal. Eventuell können wir da nochmal Gold verdienen. Und wir sind hier direkt dabei. Und sehen natürlich, wie wir jetzt gegen die Skirmisher fighten. Erstaunlich schwer tun wir uns da. Also, okay, habe ich nicht so hart im Kopf gehabt. Wir haben ein Schwert bekommen. Das sieht auch neu aus. Und ich würde sagen, auf was gehen wir? Marine ist gut. Da wäre noch ein Longshot-Unit. Haben wir gern Geld für. Und wir hätten tatsächlich doch das Gold dafür gehabt. Oh, wir haben ihm die Waffe nicht geben können. Das muss ich gerade mal schauen. Jetzt können wir jetzt machen, was die Waffe kann. 15% Angriffsgeschwindigkeit und 150 Leben. Das geben wir ihm. Zählt dann für die nächste Runde. Das andere geben wir unserem Iron Bird Rider. Und wir spielen gegen einen Gegner, der uns jetzt hier tatsächlich platt macht. Denn er kritet rein. Das ist eine Dreier-Gold-Einheit. Der Slasher, die kriegen 2 Damage. Fängt gar nicht gut an. Wir sehen jetzt neben in Rot, gegen wen wir gespielt haben, glaube ich. Wir sehen jetzt nochmal im Nachgang, wer verloren hat, wer gewonnen hat. Nichts dabei, aber Sniper zweimal. Das ist schön. Wir haben den Marine-Bonus. Longshot-Bonus haben wir nicht. Dann machen wir mal so. Vielleicht einen Tacken besser. Ich weiß es noch nicht genau. Gegen Lusinda Fargan. Bin mal gespannt, wie wir uns verschlagen. Ja, das sieht besser aus. Also gegen die Person sollten wir gewinnen. Boah, wobei da ein Gegner vom Skycrab kam. Die hat auch ordentlich wehgetan. Da hätten wir nochmal Oculus-Pervisor. Den brauchen wir natürlich. Oculus kaufen wir auch mal. Wir haben einen Free-Reroll. Da der Kommando. Jetzt haben wir tatsächlich einen 4er-Marine-Bonus. Und damit stehen wir nicht so schlecht da. Der Gegner hat 3 Einheiten drauf. Hat dann 2er-Unit am Start. 2-2er am Start. Marodeur von oder Dings. Gorilla, genau. Ich kann tatsächlich gar nicht mehr richtig die Einheiten auswählen. Das ist nicht gut. Sniper. Ah, er ist an der falschen Einheit. Kriegt er die Kugel ab? Oh, er schafft es nicht. Hätte er rechts angefangen, hätte beide gekillt. Das ist ärgerlich. Da haben wir uns ein bisschen unter Wert verkauft, muss man ja so sagen. Die Re-Roll. Cool. Don't show again. Kommt, tu einfach einen automatischen drauf. Denn es sind die Mechanized Guardians. Deswegen habe ich gedacht, komm, vielleicht schaffen wir es, wenn wir jetzt ein Level abmachen. Wenn wir es dadurch nicht schaffen würden jetzt, das wäre teuer gewesen. Aber es sieht gut aus. Talisman of Time. Was kann der Ding? Beera has the Ability Cooldown reduced. Okay. Cooldown Reduction. Das brauchen wir gleich eigentlich für unseren Outrider, falls es die Einheiten noch alle so gibt. Medic. Wir gehen jetzt nur straks dann aber auch mit den Einheiten, mit denen wir sonst gefahren wären. Empowerment Potion. Kriegt der rein. So. Kurz von der Ansicht weg. Und wir gehen nochmal auf den Shop. Und wir re-rollen. Wir haben unseren Free-Reroll. Und da ist nichts dabei. Okay. Wir können jetzt tatsächlich selekte Line-Up machen. Under Assassin, Mag Blaster, Wanguard Summoner. Classic Builds, Marine Longshot. Das können wir gleich mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir es reingebracht haben. Während wir hier aber erstmal Schaden bekommen. Aber eine Einheit haben wir noch mitgenommen. Ein Damage. Das ist okay. Wir waren tatsächlich gerade auf dem dritten Platz. Wir sind doch auf dem dritten Platz. Habe ich mich kurz verguckt gehabt. Ich rolle jetzt tatsächlich. Beweise, dass wir schön. Wir haben den Dreier Longshot und Zweier Marine. Ah, ich habe tatsächlich jetzt vergessen, Aufstellung noch zu ändern. Aber wir stehen gar nicht so gut da. Boah, Gegner steht aber auch nicht so gut da. Die Einheit spawnt immer noch den Prügel-Crate-Virer. Das ist... Alter. Ist das eklig. Ich meine, wir haben ihn bekommen, aber das war schon heftig. Was der da unten für ein Damage macht. Und wir sind auf dem zweiten Platz wieder. Free-Reroll. Oh, Dryder. Das ist schön. Und Offer Hard to Refuse. Können wir noch nichts mit anfangen. Item geben wir ihm schon mal. Nächste Runde machen wir ein Level ab. Und dann stehen wir schon ein bisschen besser da. Wobei wir vielleicht gerade anders besser stehen würden mit dem Guardian-Bonus. Damit wir vorne zum Wecktanken haben. Was ich sagen muss, es fühlt sich von dem Schadensanzeige, es fühlt sich deutlich flüssiger als sonst an. Ich weiß nicht warum. Ich finde es einfach ein bisschen tatsächlich besser. Fühlt sich ein bisschen smoother, alles so. Aber wir warten mal ab. Shop war nichts mehr. Nochmal auf Nummer sicher gehen. Wir sind auf Position 2. Nur noch einen Punkt hinter dem ersten. Davon brauchen wir nichts. Mann, du nehm ich. Level abnehmen wir mit. Wir verzichten tatsächlich jetzt mal auf den Bonus vom Longshot. Wir haben 4er Marine-Bonus und nehmen dafür die Death-Einheit mit und haben dadurch den Guardian-Bonus. Damit die Frontline einfach wegtanken kann, so wie das soll. Und das sieht, finde ich gerade schon deutlich besser aus. Die Ulti von unserem Outrider kommt, die macht natürlich auch ordentlich Damage. Und gegen Lucianda, Fagern, gewinnen wir. Steht noch bei 18 AP, 12 Damage da gemacht. Also das ist natürlich nicht sehr wenig. Outrider, haben wir da jetzt ein Upgrade. Gehen aber auf den Free-Reroll. Oh, das ist schön. Eine Roll ist gerade gewesen. Wir machen nochmal einen Roll. Und dann nochmal einen, dass wir hier auf 0 sind. Und dafür locken wir jetzt tatsächlich gegen die Dark Legion. Ja, die springen hinter uns. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Die wirken sehr, sehr stark gerade. Abyss-Crystal, Heilung kommt. Die Heilung war gut. Der Sniper darf nicht sterben. Der Sniper wird weggekrittet. Wir schaffen das nicht. Holy shit. Wie gehen die denn ab? Ich bin ja schon froh, dass wir da überhaupt eine jetzt gerade gekillt haben. Wobei, rechts das Schild. Kriegen wir noch einen down? Einen haben wir noch gekillt. Oh, fast noch einen zweiten mitgenommen. 6 Damage. Das war teuer. We are deals for under true damage to a random enemy. Das heißt, das kriegt auf jeden Fall unser Rider. Der Mann macht da noch Schaden. Sniperino. Nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen sparen. Ich weiß es nicht. Wir bräuchten halt... Ich weiß gar nicht, ob wir mit den Guardians so weit noch kommen. Für ein Late Game. Wir spielen gegen den mit 29 HP. Ne, gar nicht. Wir spielen gegen den mit den Erstplatzierten mit 55 HP. Die Gegner wurden da gestunnt. Ja, das sieht sehr gut aus. Das heißt, der bekommt von uns jetzt ordentlich einen rein. Ja, auf 42 runter. Wir sind Zweiter. Wieder waren kurz Dritter gerade. Mir fällt gerade auf, dass mein Akku okay bei 18% ist. Das sollte noch reichen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber wir können da nicht auf alles gehen. Okay, Kommando. So, dann verzichten wir auf sie. Ja, machen wir so. Oh, da kommt wieder Great Vire. Ich weiß nicht, die Ulti vom Gegner schon kommt. Die Ulti ist natürlich heftig. Schaffen wir das? Ne, das sieht nicht gut aus. Heilung kommt da nicht nochmal. Okay, es ist nur noch der Great Vire. Der da steht. Und der killt uns easy peasy. Heilung kommt da zwar nochmal. Können wir uns über die Zeit bringen? Eine Sekunde. Bro, immerhin keinen Schaden bekommen. Da wäre ein normaler Vire für uns gewesen. Ich habe ihn übersehen. Okay. Das geht in Richtung Dreier-Kommando. Wir brauchen noch zwei Outrider, dass wir den mal ein bisschen aufgeholt bekommen. Und noch einmal unseren Gold-Main. Aber gegen den Gegner. Obwohl, er hat jetzt auch Vire dabei. Okay, Vire kriegt da jetzt richtig einen ab. Das schaffen wir auch. Zwar knapp ist, aber wir haben gewonnen. Da hinten steht noch ein Kommando. Den hätte ich ja völlig übersehen. Und wir sind immer noch auf dem zweiten. Das heißt, Lord Chao ist immer noch vor uns mit 50 AP. Ich weiß, da wäre er weiter gewesen. Und wir kriegen ihn tatsächlich null. Dreier-Kommando. Das ist natürlich nicht schlecht. Gold-Main auch noch auf zwei. Das waren schöne Upgrades. Finde ich aber jetzt tatsächlich überraschend, dass wir den Kommando auf drei bekommen haben. Oh, hinten geht der Gegner. Fische Mortus da schön unsichtbar. Heilung kommt. Mortus hinten ist down. Das ist gut. Das heißt, unser Backline kann jetzt schön Damage machen. Phoenix geht da down. Das schaffen wir. Jetzt ist nur noch das Catapult da. Ja, das stirbt easy. Oh mein Gott, der Kommando macht einfach so krass einen Schaden. Und da haben wir eine Winning Streak beendet. Das kleines bisschen extra Gold. Die Yetis kommen. Okay, gegen die Yetis. Das war schon sonst immer sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, sie wurden nicht verstärkt noch. Okay, die sind squishy, beziehungsweise kommen wieder durch die Panzerung durch. Flame. Oh, das ist das Death Item. Ja, das kriegt er auf jeden Fall eher rein. 300 Leben mehr und der macht Flammenschaden als Auraschaden. Das ist sehr, sehr nice. Auf einmal rollen wir noch. Medic. Forest Rager. Wir gehen aber nicht auf die Einheit. Okay. Okay. Nächste Runde spielen wir gegen den mit 8 HP. Eventuell können wir ihn raushauen. Das wäre gut. Wobei, der sieht gar nicht so schlecht aus. Aber unser Goldmane vorne tankt da ganz schön viel weg. Und unsere Backline, die macht einfach so viel Damage. Jetzt sind sie noch gestand. Ja, da werden wir ihn raushauen und bekommen schön extra Gold. Wir haben einen Interest. Das ist sehr, sehr schön. Aber macht Bock auf jeden Fall, an langer Zeit nochmal zu spielen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch. Iron Bird. Free Reroy. Komm, jetzt bauen wir mal was hier. Iron Bird auf 3. Bleiben wir so stehen bei 29 Gold. Damit können wir uns eventuell einen Puffer ausarbeiten. Ich hoffe, wir spielen jetzt gegen den Unteren. Dass wir ihn rauskicken und nochmal extra Gold bekommen. Dann hätten wir eine Chance gegen den Ersten. Ansonsten wird das schwer. Outrider brauchen wir nächste Runde noch Locky ein. Ah, das ist der zweite. Den werden wir jetzt nicht raushauen. Wir können höchstens unten den indirekt raushauen. Der hat der Vaira. Den Vaira-Beschwörer auf 2 hier. Für Mantakor. Doch, Mantakor heißt er jetzt. Früher hieß er anders. Spawnt da Vaira rein. Aber jetzt ist nur noch alle gegen Vaira. Und der dreht sich halt so heftig rein. Aber wir kriegen ihn. Hat er die Ulti vom Kommando abbekommen. Und wir kriegen einfach mal 18 Schaden auf den ersten raus. Und sind somit selbst jetzt erster. Das ist sehr, sehr schön gewesen. Feiner Zug da. Komm, Sniper. Jetzt rollen wir. Was soll's. Boah, jetzt ist nur noch ein Sniper. Die Burra. Da wäre Vaira gewesen. Sniper. Easy. Noch auf 3. Gerade so. Und das war ein schönes Upgrade. Sniper noch auf 3. Und wir sehen links bei den Damage-Stielen. Ein Ironbird-Rider ist da tatsächlich auf 1. Ich wollte doch mal gucken, was jetzt die Boni so sind. Genau, die sind nämlich jetzt tatsächlich... Longshots haben jetzt die Chance. Das habe ich nämlich auf Twitter gelesen. Antakor. Wobei der andere hat ihn schon. Longshots haben jetzt die Möglichkeit... Random einen zusätzlichen Schuss noch rauszuhauen. Nehmen Vaira nochmal mit. Wir hätten jetzt auch 2. Ich glaube, es ist aber jetzt tatsächlich vorbei. Wobei 12 Damage müssen wir auch erstmal machen. Marine-Bonus. Armor-Reduzierung. Aber Longshot macht jetzt tatsächlich... 15% Chance, doppelt zu schießen. Und wir haben gewonnen. In unserer ersten Blitzrunde. Ich weiß, es war nur Bronze-Range. Aber ich wollte hier so ein bisschen wieder reinkommen. Und tatsächlich, Income ist am Start. Synergien waren auch gut. 3-3-Einheiten. Ich denke, das war ein schönes Röntgen zum wieder reinkommen. Und mich würde tatsächlich interessieren, was sagt ihr zu den Updates? Was sagt ihr zu Season 3? Ich weiß, das Spiel ist hier nicht so bekannt. Aber sie werden es, denke ich, gut pushen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und auch ein kostenloses Abon. Schreibt gerne mal in eure Kommentare, wie ihr die Season so findet. Und ob ich wieder Videos dazu machen soll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch allen eine gute Woche. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hier im Video oder auf Twitch beim Stream. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.